Ich habe jetzt jemanden engagiert, der ist das Arzttochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Das ist eine richtig gute Käse-Reihe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Oh ja, weil wir nur über die Krise kämpfen hatten, wer den schlimmsten Wochenende hatte. Ich habe wahrscheinlich den schlimmsten Wochenende der ganzen Leben gehabt. Mein Vater besitzt mich spontan, ohne irgendwelche Warnungen. Ich offer den Damen ein Glas Champagne. Ich bin Tony. Tony, Tony Erdmann. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käse-Reibe benutzt. Ist das eine spezielle Käse-Reibe? Ich bin Ambassador Erdmann. Und das ist meine Sekretärin, Miss Schnuck. Hallo. Hallo. Willst du mich fertig machen, oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Bin ich erschüttert. Ah! Mann, auf! Du, die, die, die alle! I have to arrest you. Das war mit dem Schlüssel. I'm sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. I have to solve this problem. Okay. 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 Okay.